Er hat bei der EM gezeigt, dass er innerhalb von einem Zehnkampf 76 Meter werfen kann. Das ist extrem beeindruckend. Das würde ich niemals schaffen. Der kann weit werfen, auf jeden Fall. Und ich glaube, der kann auch jetzt am Sonntag nochmal ein Stückchen weiter werfen. Und ja, das ist mein Ziel auf jeden Fall weiter zu werfen als Niklas. Wird auf jeden Fall ein gutes Duell und ich freue mich mega da mit ihm, auch im Olympiastadion zu stehen und einfach die Leichtathletik und vor allem auch den Sperrhof natürlich zu zelebrieren. Und ja, das wird bestimmt sehr cool. Ja, ich habe darüber auch schon mal mit Niki gesprochen. Ich habe mir das tatsächlich mal überlegt. Ich will auch mal einen Zehnkampf machen. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Ja, ob das dann auch dazu kommt, weiß ich jetzt noch nicht. Aber wieso nicht? Hätte ich Spaß dran.